Hallo, herzlich willkommen. Hier ist Christian von Earth2A. Schön, dass ihr da seid. Heute gibt es die Gewinnerauslosung. Es kommt kurz das Intro, dann legen wir los. Ich will es heute gar nicht so lange ausdehnen. Es soll nicht so ein sehr langes Video werden. Erstmal vielen Dank an alle, die mit dabei waren, die sich irgendwie eingebracht haben. Ich habe alle auf einen Zettel geschrieben, in meine Mütze gepackt. Da werde ich jetzt gleich einen Namen ziehen und wenn du der Gewinner oder die Gewinnerin bist, meldest du dich einfach mit einer privaten Nachricht an uns und wir verifizieren dann noch, ob du bist, der du bist und dann bekommst du einen Gutschein zugeschickt und den kannst du dann einsetzen. Für alle, die jetzt nicht Gewinner sind, gibt es trotzdem nochmal eine gute Nachricht. Wir haben die Vorverkaufsphase verlängert bis zum 31.01. und auch nochmal zwei Plätze draufgelegt zum rabattierten Preis, die ihr dann in Anspruch nehmen könnt. Wenn ihr das machen wollt, geht ihr auf www.earstrail.de, sucht da mal ein bisschen rum. Im Survival-Bereich ist das und da ist die Mission Fallout und dort könnt ihr euch direkt anmelden. Und jetzt schreiten wir zur Gewinnerverkündung. Und das ist der magische Hut. Ich schüttel nochmal ein bisschen und greife mir jetzt einfach einen Namen. Und wir haben einen Gewinner oder eine Gewinnerin. Das ist der David Lingerfeld. 4, 2, 3, 1. David, wir kennen uns schon. Herzlichen Glückwunsch von meiner Seite. Ich glaube, die Verifizierung sollte relativ flott gehen. Schön, dass du dabei bist. Den anderen wünsche ich eine gute Zeit. Wir sehen uns Ende Januar, Anfang Februar. Keine Ahnung. Schöne Zeit. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Untertitelung des ZDF, 2020